Blasphemie, Strafmaß, Obergrenze So wie in Saudi-Arabien und im Iran ist auch in Österreich die Blasphemie unter Strafe gestellt. Wenn nun die religiösen Kräfte stärker werden, was scheinbar weltweit der Fall ist, gemeinsam mit einem weltweiten Sinken des durchschnittlichen IQ, dann ist es nur logisch, dass auch in Österreich die Strafen für Blasphemie früher oder später angehoben werden. Welche Strafandrohung, welche Strafe für Blasphemie ist so hoch, dass sie zu hoch ist? Gibt es da irgendeine Grenze?